Was ist der Hersteller, der als erstes eine flächendeckende Verdichtungskontrolle für handgeführte Bodenverdichter vor vielen Jahren auf der Baumau vorgestellt hat? Verdichtungskontrolle bedeutet in dem Fall, dass man sich anzeigen lassen kann, wenn im Boden Schwachstellen sind. Sie können eine gleichmäßige Verdichtung erreichen. Das hat den Vorteil, es gibt weniger Nacharbeiten, weil vielleicht Schwachstellen im Boden sind. Das spart Zeit und Geld.